Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Death Diary Talk von eurem Omni. Machen wir einen ganz kurzen. Wir haben ja zwei neue Tomes, die jetzt mit dem DLC herauskommen und die werden hier vorgestellt. Ich will auf jeden Fall meinen Senf dazu geben. Mal schauen, was dabei so rumkommt. Es gibt einmal das Tome of Fae Mists und das Tome of Stormborn. Das sind die beiden, die wir haben. Also auf Deutsch sowas wie ein Feennebel und das andere wie Sturmgeborene. Das sind beides thematische Dinge, die Richtung Astral und Natur gehen. Das haben wir uns ja auch schon mal in dem ersten Preview-Video anguckt. Jetzt sehen wir auch ein bisschen Details dazu. Das war das, was wir vorher immer gesehen haben. Jetzt werden die Details etwas beleuchtet. Schauen wir uns einmal an, was kann das Ganze. Wir sehen jetzt endlich, was Lingering Mists bedeutet. Das ist etwas Misty bedeutet. Wir haben eine Möglichkeit, dass wir einen Whirlspell auf eine Provinz anwenden. Und diese Provinz wirkt dann eben nebelig. Und durch diese Nebeligkeit werden wir unsichtbar. Unsichtbar. Also haben diese Camouflage. Das heißt, wir sind getarnt. Die Einheiten haben minus vier Reichweite. Also Sichtreichweite. Das bringt natürlich gegen KI nicht so viel, weil die halt generell weiß, wo man ist. Dann haben wir jedes Mal diese Wolken, Nebelwolken, die im Kampf entscheiden können. Diese Wolken sind glaube ich auch dafür, dass man halt verdeckt wird, wodurch man schwerer zu treffen ist. Das sehen wir, glaube ich, auch hier unten jetzt gleich. Und das wäre halt die Mechanik dahinter. Wie gesagt, ganz interessant. Aber diese Vision Range würde eher gegen den menschlichen Spieler sein, wenn man gegen KI spielt. Das heißt, gegen die KI bringt das eigentlich nichts, weil die damit nicht rechnen kann. Die weiß genau, wo, wann, wie deine Armeen sind. Und deswegen ist das nur gegen den Spieler eher eine Herausforderung. Das ist ganz cool, wenn die KI das gut nutzt. Kann den Spieler wirklich, also richtig, richtig ärgern. Gerade wenn die mit ihren vielen Stacks ankommen, wird man dann große, große Probleme haben. Ja, dann haben wir ja gesagt, hier dieses Mist, Klinging Mist, ist genau das. Wir haben weniger Möglichkeiten zu treffen. Alle, auch die Nahkampfangriffe, werden halt minus 20% genau. Das heißt, die können mehrfach fehlen. Auch Nahkampfangriffe finde ich spannend. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja gut, doch durchblenden müsste es sein. Und das kann dreimal halt stacken, was ziemlich stark ist. Und Klinging Mist counters Mark. Das heißt, wir haben so arme Räuber, die wir jetzt in den letzten DLCs dazu bekommen haben, haben markiert hier als Hauptfähigkeit. Noch immer ziemlich lame. Die wird dann eigentlich damit ausgekontert. Ein bisschen schade. Ja, und dann haben wir Fae Embraced. Das ist ein Buff Spell. Und diesmal können wir das im Kampf dann eben anwenden. Wir sehen das Symbol, das Rot, die heißt immer im Kampf benutzbar. Und wir können alle in einem Hex Radius, also in einem Umkreis AOE, können wir auch mal diese Wolken, diese Nebelwolken platzieren. Und zwei zufällige positive Statuseffekte werden dann noch an unseren Einheiten gegeben. Ja, ist ganz nett. Ist jetzt natürlich ein Tome, ich glaube Level 2 ist es, wenn ich mich nicht irre genau. Ja, ist ganz nett. Also auf jeden Fall nicht schlecht, um mal ein bisschen Fernkampf zu nerven. Dass man da auch wirklich was dagegen hat. Aber dass man markiert kontern kann, finde ich nicht gut. Ja, aber sonst ist das Spell ja eigentlich so ein Go-To-Spell, würde ich sagen. Wenn man gerade weiß, man ist gegen viele Fernkampf, kann man das durchaus machen. Dann haben wir Staves of Mist. Da werden die Support-Einheiten, hatte ich ja auch schon mal angekündigt, gebufft. Und dann kriegen die diesen Spell hier. Der kostet keine Aktion, vielleicht schon mal ganz wichtig. Das ist ja immer spannend, Aktion oder nicht. Keine Aktion macht es schon mal automatisch zu einem guten Spell, finde ich. Halt nur 10 Hit-Points und gibt halt wieder Klinging Mist. Das heißt, wir können wieder schwer getroffen werden. Und wir kriegen noch einen positiven Start-Effekt. Also die Fähigkeit ist tatsächlich sehr gut, wenn man so Support spielt. Ich mache es seltener, muss ich sagen. Mal einen vielleicht allerhöchstens. Dann habe ich andere Prioritäten. Aber wenn man das spielt, ist das hier wirklich eine sehr starke Fähigkeit. Einfach, weil es schon keinen Aktionspunkt kostet. Man kann also noch angreifen, nachdem man die Fähigkeit benutzt hat. Man kriegt einen zufälligen Start-Effekt, was sehr cool sein kann, wie jetzt 10% mehr Schaden oder sonst irgendwas. Und man ist halt gestützt gegen Fernkämpfe, das ist ziemlich gut. Dann haben wir hier noch Fäh-Touch. Ja, so sieht es aus. Genau. Ist halt eine geringe Transformation. Dadurch kriegen wir Fäh-Guile. Das heißt, wir werden, wenn wir obskürt sind, also da gibt es ja diese verschiedenen Pflanzenarten, sage ich mal, Flora-Arten jetzt beim Kampf, dann werden wir halt einen Buff bekommen. Dann kriegen wir einen zufälligen positiven Buff. Was auch ganz nett ist. Wir haben ja jetzt sehr viel mit diesem Mist. Das ist eine sehr starke Synergie. Wenn wir die Mist dann diese Nebel-Blackhand über verteilen, dann können wir uns da auch nochmal einen positiven Start-Effekt abholen. Mein Gott. Und wir haben natürlich noch eine neue Einheit. Das ist eine T3-Einheit. Wieder ein Skirmisher. Ich glaube, wir haben beide Skirmisher. Beide neue Einheiten sind wieder Skirmisher. Leider noch immer keine neue Einheit in Art. Aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr mitzurechnen, dass das noch kommen wird. Wir haben hier sowas sehr ähnliches wie dieser Trickster. Wir haben den Fade-Trick, so wie ich es mir auch schon gedacht hatte. Da stand aber auch dabei. verfügt halt einen negativen Start-Effekt hinzu. Und natürlich der Schaden wird immer angegeben darüber, welches Tier ich mir gewählt habe. Also wenn das hier Blitzschaden ist, wird das wahrscheinlich diese, das war der Vogel, der das macht. Ich weiß nicht, Adler oder Rabe, wie auch immer, dann gewesen sein. Ja, wir sind sonst hier als anfällig für Gift-Schaden. Ich glaube, das sind alle Fäden-Einheiten. Ist natürlich selber eine Fee. Ist klar. Hat dann auch natürlich diese entsprechende Fähigkeit, die jetzt alle Fäden bekommen haben. Dieses Fae-Geil. Wodurch sie halt diesen Vorteil haben, wenn sie obskürt sind, einen positiven Effekt zu bekommen. Und ja, das ist die Einheit eigentlich. Ist ganz interessant. Finde ich aber jetzt noch nicht. Die andere Einheit ist wesentlich spektakulärer. Die hier ist halt wie der Trickster, finde ich so ein bisschen. Ja, kann man glaube ich ganz okay nutzen. Müsste man jetzt sehen, wie sie sich so mit den ganzen Synergien halt ausspielt. Da kann man nicht so viel reden. Viel Schaden schon, aber es ist halt nur ein Einzelner. Das ist kein wiederholbarer Angriff. Trails of Mist haben wir dann noch bei der Einheit. Der lässt halt so Nebel fallen. Und das wird dann im Kampf natürlich auch genutzt werden können. Ja, ganz cool ist natürlich wirklich, also das finde ich schon sehr cool, wie das aussieht, dass wenn man diese Fae-Water-Pond benutzt, also diese spezielle Provinzerweiterung, kriegen wir drei Mana für jeden Forester. Ja, ne, ist... Joach. Okay, ne, weiß ich nicht. Ist also nicht besonders, aber vielleicht, wenn man wirklich dann auf diese Waldkreatur, ich glaube, der Wolf war es, der Waldwolf geht und dann überall Wälder pumpt und das dann macht, kann man, glaube ich, eine recht gute Forester-Synergie erreichen. Aber das Spannender ist halt, oder das Schöne, finde ich, vielleicht jetzt nicht so der absolute Grafik oder Visual-Typ, aber diese Missy-Effekt über die ganze Provinz rauszuhauen und die ganze Stadt. Wäre cool, wenn man das generell auch mit allen anderen Sachen hätte, wo man sich spezialisiert, dass man es z.B. verbrennen kann, dass man da Eis halt schöner sehen kann. Das kann man ja sogar über einen Turm, meine ich. Das finde ich hier sehr schön gemacht mit dem Nebel. Ja, und dann gehen wir jetzt, und das wird interessanter, Turm of the Stormborn. Also wir haben ja zwei, schon gesagt, zwei Effekte, das hier und dieses hier, also Bounty of the Sea und Stormport werden irgendwie die Buffs sein. Ja, sind sie. Eins in Struktur, eins in City, Spell. Was ich am spannendsten finde, neben Naga-Form, die wir ja jetzt schon auch schon besprochen haben, ist vor allem der Stormbringer. Der wirkt, aber gehen wir gleich auf einen, sehr stark. Ja, Lightning Storm, einfach Combat Enchantment, könnt ihr euch ja denken, ist aber kein Spell direkt, sondern Enchantment heißt hier, der läuft dauerhaft ab. Das seht ihr hier unten auch. Sechs Runden lang wiederholst du das Ganze. Das heißt, jede Runde werden die Leute immer nass und dann werden zwei gegnerische Einheiten jeweils zwei, zehn Schaden bekommen und die werden dann auch electrified, dadurch kriegen sie noch mehr Schaden. Das ist ja diese Kombination hier, weil man will die soften, dass sie halt feucht, nass werden und dadurch halt mehr Blitzschaden kriegen und dadurch kommt das halt nochmal zu so einer Synergie jetzt schon automatisch mit diesem Zauber. Also, glaube ich, auch recht stark, muss man sagen. Kann man, glaube ich, gut anwenden, wenn der Kampf länger dauert. Gerade, wenn man die KI zu sich hinlocken will und man wieder diesen klassischen, ja, Schild, weil es ist ja nicht unbedingt, aber diesen klassischen Wall aufrichtet mit Fernkraft hinten, Vor- und Nahkampf, wartet auf die KI. Vielleicht kann man die gut rauslocken und mit denen schon ordentlich Schaden machen, weil die KI ja sehr gerne dann schon massiv Schaden sechs Runden lang machen kann. Joa, das kann ganz gut sein. Von daher nicht schlecht. Downpour ist, ja, ist okay. Das ist halt, wird das Gebiet zu Sumpf. Das kann wieder eine Synergie sein mit der Sumpf-Kreatur. Ich glaube, Kokodil ist es ja. Und dann kommt diese Downpouring. Das war ja das, was wir nicht wussten, was es ist. Das kann man nicht im Unterhören benutzen. Vielleicht nochmal wichtig. Und Downpouring ist, in dieser Provinz werden alle nass und langsam im Kampf. Außerdem sind dann die, die amphibisch sind und schnell, oder Wasserbewegung haben, dagegen immun. Also die Nagas natürlich dann. Joa, da kommen die Nagafor, haben wir ja schon drüber gesprochen. Da waren ja auch alle Informationen eigentlich schon da. Ihr habt schnellere Bewegungen. Ihr seid jetzt amphibisch. Ihr könnt Slip Away haben. Das heißt, ihr könnt überleben und nochmal mit 15 HP, glaube ich, zurückkommen. Ist sehr krass schon. Ich habe ja auch gesagt, krass ist es. Kommt halt nur wieder sehr spät. Rein vom Visual Effect her. Weil der Visual Effect ist natürlich sehr schön. Das kann man ja nicht anders sagen. Aber denkt dran, ihr könnt dann nicht die ganzen Mounts benutzen, die mit dem DLC freigeschaltet werden. Das möchte ich nochmal erwähnen. Das ist dann nicht mehr möglich. Das seht ihr hier unten nochmal. Und wir sind dann gegen Blitzschaden resistent und gegen Giftschaden aus Gründen. Und dann haben wir unsere zwei strategischen Spells. Einmal kriegen wir hier, wir kriegen die Ace-Ressourcen von jeder Provinz, die an der Küste sich befindet, verdoppelt. Ja, und natürlich minus 10 Stabilität. Das haben wir meistens bei diesen City Spells, dass die irgendwie so einen Downside haben, dass die weniger Stabilität geben. Das ist bei diesen erweckten Werkzeugen und so weiter auch so. Und dann haben wir Stormport. Das ist einfach eine City Structure. Ist ähnlich, glaube ich, wie dieses Astral-Gebäude. Da muss man halt ein Meer von bauen. Dann Snowballt das Meer, finde ich, ja, finde ich nicht so besonders. Ich hätte mir ehrlich gesagt gehofft, dass man da was cooleres hat. Mein 12 Mana an sich ist natürlich eine coole Sache. Aber da haben wir nicht auf der Wellen muss, was baue ich jetzt, was baue ich jetzt. Klappt nicht immer alles, wenn man nicht vielleicht einen perfekten Start hat. Ja, dann muss man das halt schon irgendwie reinquetschen. Aber eben natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt vier Städte, dann könnt ihr ja rechnen, wie viel habt für jede, die ihr dann gebaut habt. Das müsste also auch derselbe sein. Das müsst ihr 16 Mana und drei Gold geben am Anfang. Und für jede gibt es dann mehr. Dann könnt ihr bis zu, sagen wir mal, vier, wären 16, also 28 Mana und zwölf Gold bekommen. Ja, ist okay. Pro dieses Stormport. Man muss sie halt auch gebaut haben, aber trotzdem. Und es müssen alle natürlich eine Küstenprovinze haben. Das ist die Sache. Zum Spannendsten in meinen Augen, die Einheit wirkt wirklich extrem stark. Muss ich natürlich sehen, wie sie sich ausspielt. Aber wenn ich das vergleiche mit den Musketenschützen und der Kanone, das ist schon krass. Weil wir haben ja eine T4 Einheit und das Wichtige ist ja immer dabei, okay, was ist sie denn oben? Ist sie skirmischer Fernkampf oder diese blöde mythische Einheit? Da hängt nochmal dran, mythische Einheiten werden nicht gebufft durch all die Fähigkeiten, die Plänkler, Fernkämpfer, Nahkämpfer, blablabla. Ihr wisst schon, beeinflussen. Das heißt, es ist immer essentiell, für mich zumindest. Gucke ich mir eine T4 Einheit an, habe ich direkt ein Ranking, ist sie mythisch, fällt sie im Ranking komplett ab, ist sie nicht mythisch und hat einen speziellen Einheitentypen, kann ich damit arbeiten, kann ich sie buffen bis zur Unkenntlichkeit. Und hier haben wir dann den Fall. Wir haben eine T4 Einheit wie ein Skirmischer, also Plänkler. Wir haben extrem starken Nahkampf, Stormstrikes, der einfach mal einen Kettenblitzeffekt hat. 14 Schaden macht er jetzt hier. Ich weiß nicht, ich glaube der Blitzschaden ändert sich wieder, je nachdem welches Ziel ihr gewählt habt. Und dann könnt ihr diesen Gegner angreifen, 20% ist jetzt nicht mega viel, aber geht auf zwei weitere Gegner über. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt mehrere von den Viechern, habt die nochmal ordentlich gebaft und haut dann jeweils 20% nochmal an, zwei weitere, innerhalb von zwei Hexes, das heißt AOE 2, die müssen nicht ineinander stehen, sondern ihr habt zwei Felder um die Person herum und das ist ja oft so beim Kampf, dass ihr wirklich einen dicken Cluster habt, wo ihr reinhauen könnt. Das heißt, ihr könnt einen massiven Schaden machen und da halt wiederholbaren Angriff auch, was natürlich super krass ist. Und zusätzlich, weil es ja ein Plänkler ist, muss man noch eine Fernkampffähigkeit haben, ist nur drei Reichweite, okay, kann man aber erhöhen, ja schon allein durch die Sucherprojektile wieder mal, den Klassiker dabei, aber auch einfach, generell durch die Stormstrikes, will man ja auch im Nahkampf sein, kann aber eben noch immer hier ausweichen. Und zwar ist das auch noch krass, das ist auch ein AOE-Effekt, ihr habt 28 Schaden, wie ihr seht und ihr macht das in der 3er Hex-Slide, also das, was die Kanone mit einer 3er Aktion macht, also in einer vollen Aktion macht, natürlich für ihre Reichweite, in einer vollen Aktion macht, macht der hier mit einer Aktion mit 28 Schaden in speziellen Damage Channel, also hier Blitz jetzt in dem Beispiel und macht noch Electrified, wodurch sie noch mehr Schaden gewinnen können, ist, also in meinen Augen, extrem gut, also das kann eine sehr, sehr starke Einheit sein. Ich kann sie halt buffen, ich habe AOE und ich habe nochmal AOE und ich habe eine Fernkampf- und einen Naka-Angriff, der beides Electrified verursachen kann, wodurch ich noch mehr Schaden auslöse. Sonst haben wir 4 Verteidigungen, 4 Widerstand und 100 HP, super krass. Und wenn ich das richtig sehe, sind die auch immer Swift, das heißt, die haben immer 50 Bewegungen, sind auch sehr schnell im Kampf, extrem starke Einheiten. Werden wir auf jeden Fall mal schauen, wenn es dann rauskommt, wie stark, aber das ist schon besonders. Sieht natürlich cool aus mit Naga. Und wenn wir die Fähigkeiten von Naga jetzt mal zu dieser Einheit noch hinzufügen, plus allen Buffs, die wir bei den Planklein hinzufügen, könnt ihr euch vorstellen, wie stark diese Einheit wird. Sie wird wirklich brutal sein. Ich muss mir da einiges forschen, aber sie wird brutal sein. Dann kriegen wir noch Arcing Weapons, das heißt, unser Helden kriegen den Effekt, den der Stormbringer hat. Ja, finde ich extrem stark, finde ich extrem interessant, die Einheit hier vor allen Dingen. Also da würde ich glaube ich einige Einheiten für ablösen, weil man einfach das Potenzial hier hat, zu buffen, diese AOE-Fähigkeiten zu pimpen, sodass man wirklich am Ende da sitzt und ein absolutes Powerhouse hat. Kommen Sie sich mal an, wie glaskanonisch es ist, aber mit 100 HP und 4,4 sollte es eigentlich ganz gut sein. Plus, durch die Naga-Fähigkeit, denkt daran, irgendwie Slip Away, das heißt, selbst wenn er sterben würde, muss er nochmal attackiert werden. Kann auch sein, dass die KI da massiv drauf geht und wir als Brutalspieler ja, brutale Probleme haben. Denn die Viecher dann mehrmals umzubringen, das kann brutal sein. Die können uns dann wirklich umhauen, sterben ja eigentlich, kommen aber dann nochmal, greifen vielleicht nochmal an oder ich muss noch mehr Ressourcen drauf verwenden und verliere dann immer mehr potenziell andere Einheiten umzubringen. Ja, das wären die Turms. Ich finde es eigentlich interessant. Ich finde es schön, dass sie so auf Synergien gehen. Das kann man nicht anders sagen. Insgesamt bin ich zufrieden. Klar, was habe ich jetzt erwacht? Ich weiß gar nicht, was ich erwacht hätte. Ich meine, mit dem Mist und so, das sind ja neue Fähigkeiten. Die Visuals sind auch gut, also die Grafikeffekte sind cool. Diese Fähigkeit für Support ist ganz nett. Also das ist insgesamt ein schönes Paket dafür, dass wir halt das Neben-DLC haben. Es ist halt keine krasse Mechanik wie jetzt Evolution dabei. Das hat natürlich auch seine Stärken-Schwächen-Evolution. Das ist ganz klar. Das sieht man auch im Let's Play bei mir jetzt gerade. Aber es ist eigentlich eine sehr lustige Fähigkeit, die einen sehr, sag ich mal, engaged, also sie sehr einbindet. Hier mit dem Mist können wir natürlich sehen, wie ist das, wann ist das genau sinnvoll? Ja, beim Stormbringer ist ganz klar, wir haben einfach massiv viel Blitzschaden raus. Das finde ich einfach cool. Ist aber natürlich auch ein Tier 4-Turm, müsst ihr daran denken. Deswegen auch Stormbringer kommen halt spät und die Nagas auch. Aber ist halt extrem potent. Ich glaube, das wäre schon immer so ein Turm, wo ich immer eigentlich hingehen will, wenn ich sage, ich habe keine andere Ahnung oder ich will halt irgendwie auf Berndkampf gehen und brauche eine extrem starke Einheit, die ich auch gut buffen kann. Ja, und das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Dann bedanke ich mich. Wir gucken mal, was jetzt bald rauskommt. Ich weiß nicht, ob jetzt noch mal ein Dev-Tile kommen würde. Ja, vielleicht für den Patch noch. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was an Informationen kommt. Aber das werden wir sehen. Ja, und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und haut rein.